Ruth sprach, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. In Ruth 1, Vers 16, das gerne als Trauspruch genommen wird, dabei sagt es die Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Im ursprünglichen Zusammenhang. Und im Galater, Kapitel 3, Vers 28, ist für den heutigen Donnerstag, den 21. Oktober, dazu gestellt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer, in Christus Jesus. In Jesus gibt es keine Rangunterschiede mehr, sondern alle sind wir seine Geschwister. Einen guten Donnerstag. 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 Einen guten Donnerstag.